Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, das Gerät ist eine sehr nützliche Zusatzeinrichtung zum Laubbläser. Es ist leicht zu montieren. Wenn man es richtig macht, ist die Wirkung überzeugend. Allerdings darf man das nur nach langer Trockenheit machen. In Dachinnen ist lange nach dem letzten Regen viel Restfeuchtigkeit vorhanden. Solche nassen Blätter werden aufgewirbelt und fallen dem Nutzer mit Sicherheit auf den Kopf. Die Handhabung erfordert sehr viel Übung. Der starke Luftstrom verbiegt die lange Röhre und damit ist sie sehr schwierig zu platzieren. Hinzu kommt, wenn man sich der Dachinnen nähert, wird wegen des Luftwiderstandes der Dachinnen die Krümung der Röhre noch größer und sie ist schwer zu dirigieren. Man muss dazu einen festen Stand haben und sich einüben. Das braucht seine Zeit. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.